Hallo liebe Leute, ich bin Seth Ferders von der CSI Dance School. Ich wollte mich bei euch bedanken für die vielen Klicks, also von der Community-Seite von Facebook, SchülerVZ und SchülerCC. Danke, ne? Und nicht wieder vergessen, weiter aufrufen. Peace out. Aufrufen. 1, 2, 3, 2, 1. Hey Leute, what's up? Wir sind gerade im Training von CSI Dance School. Das ist der Marble von der Nenetics und ich sollte als Besucher kommen, weil er mal hier so schauen wollte, wie es hier so abgeht. Jetzt gehen wir mal weiter. Das ist der Berghain. Er will tanzen lernen, kommt auch zu uns, weil er halt uns gut fühlt. Das ist der Janna, der ist bei uns CSI Dance School, macht mit uns Meisterschaften mit. Und ja, das ist Florian, der ist auch CSI Dance School, tanzt auch gerne und macht auch Meisterschaften mit, auch mit Tippeln. Ja, das ist der Janna, a.k.a. Diboy Tiger. Und... Ja, das ist der Janna, 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 der Ja, das war ja die größte Tanzstunde. Das war aber einwandfrei. Zugaben! 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 Ihr könnt auch nicht genug kriegen, ne? Zugaben ohne Ende. Mein Name ist Emil und ich mache Beatbox, das Musik mit dem Mund. Ich werde euch jetzt vier Songs zeigen und werde sie dann verbinden. Erster Song. Zweiter Song. Dritter Song. Und jetzt der vierte Song. Und jetzt alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Dankeschön! 10, 8, 9, 10, 9, 8. 10, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 15. 14, 17, 15, 16, 16, 17, 16, 17. Oh CSI Dance Crew! Nachher hat alles vergesst, Leute! Abonnieren! Subscribe! Liken! Kommentieren! Scheiße vergesst!